Ey, böses Bübchen. Böse. Oh, guck mal, wer da durchguckt. Ah, du bist ja schon wieder woanders. Da bist du. Guck mal, der guckt da durch. Da guckt er durch. Geh da nicht hin. Wir gehen in deine Höhle, wenn da ruhiger war. Die ist ruhig. Ach, hier unten. Oh, die ist hübsch. War mal so frei, hab schon ein bisschen Stein. Ja, die können wir uns ja auch für die Nacht fertig machen, ne? Hm, hier ist Kohle. Was ist das für ein Stein? Das ist auch Stein. Was hab ich denn eigentlich alles hier? Was ist das? Ach, das sind Leaves. Okay, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Was ist das? Red Flower. Die Pilze, die kur ich mal hier hin. Was hab ich hier? Ach, ich hab noch eine Heal-Poschen. Hab ich 17 Stück. Das ist sowas wie... Ein Trank, ein Gesundheitstrank. Wir müssten uns aber denn das auch dicht bauen, würde ich sagen, ne? Was ist das? Hm. Prozessor, hier können wir... Aha, das... Ach, hier können wir jetzt sowas herstellen. Ach, wenn man über die Items hat, dann sieht man auch, was man daraus machen kann. Stone Slip, Stone Watt. Warte mal, drei. Und Watt. Ich mach hier mal zu, damit wir keine Überraschung kriegen, ne? Graslampen. Was? Graslampen? Graslampen. Cool. Äh, Rampen meine ich natürlich. Okay, jetzt haben wir Kraft. Oh, mir fehlt Stein. Wir brauchen jetzt noch fünf Kohle. Und zwei Wood Slabs. Und dann könnten wir den Stein-Mining-Cell machen. Brauchen wir bestimmt die Forge für. Ja. Das heißt, wir brauchen sechs Kohle. Ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal so, dass das so aussieht. Als ob das so muss. So. Und das können wir ja ausbauen hier. Dann wird das hier erstmal unser Notlager. Ja. Ich bereite meine Sachen vor. Warte mal. Eins, zwei, drei. Nee, nicht Tab. E, ne? So. Was kann man denn machen? Ein Extraktor. Was hast du hier aufgestellt? Was ist das? Äh, Prozessor. Aha. Was hab ich noch im Inventar? Ich hab hier auch noch so ein komisches Ding. Warte mal. Hier. Ein Super-Extraktor hab ich. Prozessor kann ich herstellen. Dann können wir schon mal wenigstens die Slap-Sagen herstellen. Fehlt uns denn nur noch Bad Rock. Ich weiß aber nicht, wie Bad Rock aussieht. Die ersten Musplates or Not? Hä? Wie kann ich dir eigentlich was geben? Ich glaub, man kann die Sachen einfach rausziehen. Ja, ich will die ja nicht alle geben. Splitten weiß ich auch noch nicht. Mit Shift? Wo ist der jetzt hin, da? Man kann sogar eine Kraftmaschine herstellen. Ah, die ist teuer. Miet-Extrakt-From-Ohr-Notes. Was sind denn Ohr-Notes? Ach, die muss man auf irgendwas raufsetzen, würd ich sagen. Ohre. Ohre, was für Ohre? Ich hab das Truhe gefunden. Du? Du hast eine Truhe gefunden? Wo bist denn du? Ja, hier ist ein Extraktor drin. Ein Stone-Mining-Cell. Ja, das ist doch cool. Nimm mit. Ich zieh den Ort. Cool. Jetzt hab ich schon ein Stone-Ding. Ach, das kann ich... Kann man mal... Ah, den Extraktor, den setzt man da auf, wo man Dinge findet. Vielleicht. Ich hab so eine Idee. Warte mal. E war das. Kann ich jetzt schnell Stein abbauen? Ja. Deswegen hat man auch 17 Stück. Fünf. Kann ich den hier raufsetzen? Ah, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Hast du grad Kohle? Ja. Sehr schön. Dann kannst du dir nämlich auch gleich ein Ding herstellen. Ich kann mir ein Ding herstellen? Das ist aber cool. Hier unten war noch mehr Kohle. Beide Stein abbauen. Oh, die Musik dazu. Hübsch, ne? Ah, guck mal, das wird ja immer kleiner. Und dann kann man die wieder einsammeln bestimmt, ne? Nee, die sind dann weg. Ah, das ist natürlich... Die haben jetzt 21 in nicht mal 3 Sekunden geendet. Die sollten uns aufheben, die Super-Extraktor. Ja, machen wir auch. Ich tu die auch wieder weg. Gibt jetzt mal die Kohle. Aber wir müssen ja alles mal ausprobieren, ne? Mhm. Take all. Take all. Ich kann TNT already to unlock. Wir springen alles frei. Ich leg dir das mal alles hin, was du brauchst. Ah, du hast unten rechts im Inventat weg. Items from your inventory to crop. Und du hast sogar Mülleimer. Ja. Heißt, ich mach das jetzt hier in den Rucksack und dann legt der das hin. Ich hab Woodbees-Planter. Was ist... Ah, das sind auch Dinge zum... Lilly-Pixi-Planter. Made in Crafting-Menü oder Display-Items. Pintabel. Anmalbar. Das müssen wir noch rauskriegen, wozu das nachher noch verwendet wird, ne? Was ist das? Das kann ich nehmen. Genau, jetzt solltest du unter... ...dir den Stone-Mining machen. Ja, warte mal. E-Craft. Den... Den was sollte ich machen? Den Prozessor? Und Mining-Cell. Mining-Cell? Ach, den da oben. Den Stein-Mining-Cell meinst du, ne? Genau. Da brauche ich aber einen Extraktor zu, sagt er. Hä? Bin ich auf dem Fall? Du brauchst... Nein, ich hab falsch aus. Mir fehlen noch Wood-Slap. Habe ich dir gegeben. Ach, liegt hier noch. Ach so. Oder kann ich das auch so nehmen? E-Craft. 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 E-Craft, ne? Gell. So. Äh, hast du da noch mehr hingelegt? T-Craft. Ach so, ich muss F drücken. Das geht auch. Alles klar. Ja, muss ich ja jetzt mal gucken. Jetzt kann ich aber... Jetzt ist es auch weiß. Und jetzt kann ich so ein Ding bauen. Und ich kann... Obsidian. Heißt du? Geunlockt. Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Und ich kann auch so einen Extraktor craften. Schöner Kleider. Ich mach mal vier Stück erst mal, ne? Genau. Moose-Torch. Mach ich auch mal vier Stück. So, was ist das? Stamina-Regeneration. Ein Holzschwert. Ach, das kann man auch bauen? Okay, okay, okay. Oh, hier geht's ja noch weiter. Oh, was kann... So. Äh. Oh, den Kühlschrank kann man so interagieren. Ist ja schön. Aber wo habe ich jetzt die gekrafteten Sachen? Ach, hier. Oh, die kann ja auch hier drinnen bleiben. Der und das kommt wieder weg. Das kann auch rein. Ich weiß, wann die Fossilien braucht. Aber ich nehm sie mit. So. Ich mach es gemütlich. Ja, der Kühlschrank, da kann man Sachen reinpacken, glaube ich, ne? Hm, ist nur so. Ja. Okay, die Höhle ist gefährlich. Uh. Nein, nein. Bleib mal da unten. Du kannst ja das... Deswegen hab ich ja hier... Warte mal, dann werde ich das letzte hier mal... Das Ding mal extrahieren. Bleib bloß weg. Was ist das? Ist was? Bisschen böse. Ja, wir sind noch ein bisschen... 30 Fackeln hab ich. Hab ich gar nicht gesehen. Wie können wir eigentlich sehen, was wir... Ach, da oben sehen wir, was für einen Tag wir haben, ne? Das ist noch nachts, glaube ich, ne? Odex hab ich... Oben, Sweethofen. Quart Woodfalls in the Diggity Category. Okay, Place Woodwall Blocks. Ja, wir mal ausbauen. Pro Quest kriegt man ja eh noch Coins geschenkt, von daher. Ja. Da... So was gibt's ja auch, ja. Wenn man jetzt in den Kühlschrank reinguckt, ist da ein Rezept linken. Ja, das war ich. Der braucht aber deutlich länger, ne? Ja. Ja, die anderen heben wir dann auf. Und wenn wir dann nachher ein Haus haben, dann heben wir uns die guten Sachen auf, ne? Packen wir uns in die Truhe. Ich baue jetzt mal ordentlich Stein ab, dass wir denn was haben. Die Kohle hast du jetzt eingesammelt? Okay. Dann werde ich hier gleich... Null ist das, ne? Wir brauchen ja Kohle, ne? Ich hab ja welche gebaut, dann können wir die ja auch gleich verwenden dafür. Das ist natürlich blöd, dass die dann immer weg sind. Aber es muss ja nicht viel Minecraft sein, ne? Das ist ja ein anderes Spiel. Ja, ich denk mal nicht, dass die später teuer sind. Wie hast du die Wood Slabs gebaut? Über den Prozessor. Ach so, wo ist die? Da hab ich auch einen. Da kann ich einen bauen. Ist der denn weg nach der Zeit oder bleibt der stehen? Der bleibt stehen. Guck mal hier. Kannst auch wieder einen sammeln. Ja, denn ich hab denn mal... Ich hab denn mal... Und wie geht das? Ach, mit F. Und was wollen wir machen? Es wird Tag. So, dann mach ich erst mal ein paar Wood Slabs, ne? Kann man eigentlich jetzt hier auch noch am Charakter was machen? Warte mal. PLEA LEAVERED Ne, das ist es nicht. E Codex Map Blueprint Spec Ach so, da ist mein Jetpack. Da ist die Lampe. Das Schwert haben wir noch nicht. Einen Werkzeugschlüssel können wir uns auch noch bauen. Und dann können wir noch Rüstung. Richtige Rüstung, glaub ich, ne? Ach, ich kann noch Customize machen. Mein Charakter. Echt jetzt? Das ist ja cool. Wo war das denn? Ach, da. Eurosplay? Engelspiel gibt's ja auch. Was denn? Wo bleibt mein Holz? Das musst du da collecten. Collect all. Ah. Ich hab mir in den Ohren schon aufgesetzt. Ah. Außerdem ist... Ach, Tag wieder. Dann haben wir's hier überstanden. Dann werd ich mal meine Fackeln einsammeln. Ich werd mal die Dinge wieder einsammeln. Hier bleiben wir natürlich nicht, ne? Nö. Wenn, wenn da was fertig ist, dann gehen wir wieder auf. Oh, meine Fackel. Er ist gleich fertig hier. Dann hab ich nämlich mal ein paar Slabs. So, dann... Wegen bauen, ne? Oh, guck mal, was da oben ist. Guck mal, da oben. Hul ihn. Ich bring das mit. Drei Stück noch. Also sechs Stück noch. Dann sind wir fertig. Was ist der denn? Der ist wieder... Der ist oben rausgehüpft. Ach, der rote Pfeil ist tatsächlich... Er sieht... Ich hör's. Da wird auch die Uhrzeit angezeigt. Cool. Er hat sich wegteleportiert. Der Arschloch. Er ist ein Magier. Er ist Magier. Da will ich ihn essen. Davon wird man nämlich nicht fett. So, jetzt nehm ich das Ding mit. Ich hab's mitgenämmt. Hi, jo. Hier bist du. Oh, guck mal, da oben die Sonne. Oh, das ist hübsch. Hallo, Rhein-Viewer hält ganz schön viel aus. Es kann auch sein... Dass da gerade hier in der Ecke steht. Wir haben auch keinen Balken drüber, ne? Den siehst du unten bei der Ecke. Ach da, Rhein-Viewer. Ja, genau. Ach, nur drei Liter. Oh, wo auch mal. Wo wollen wir langlaufen? Ich weiß nicht. Äh, guck mal, wer da guckt. Guck mal, wer da guckt. Und dann die Musik dazu. Oh, der sieht aber gefährlich aus, ne? Oh, der kommt raus! Oh, du machst aber viel Schaden. Geh weg. Hast du ihn tot gemacht? Oh, da kommt noch... Oh, guck mal hier! Der ist friedlich. Da brauchen wir die Glocke. Sehr lang. Ja, du darfst leben. Ich werde mal noch einen Pilz essen. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Bisschen boosten. Bisschen boosten. Bisschen boosten, okay. Landet man? Ach so, landet man. So. Boing. Nichts passiert mir geht gut. Uh. Was ist das da am Baum? Das gelbe? Honig. Honig? Sind auch Bienen? Honig. Keine Gesüge. Hopp, hopp. Ich begehe Raubbauern der Natur. Das kann ich gut. Wo bist du jetzt? Bist du bei mir? Du bist weg. Du bist nicht mehr bei mir auf der Karte. Ich sehe keinen Pfeil. Oh, ich trotz ab. Aufbau an der Natur. Oh, hier ist überall Aluhonig. Ähm. Oh, da kommt noch gerade wieder angeflogen. Bist du unten oder oben? Du bist gerade an mir vorbeigeflogen. Ich glaube, eine schöne große Fläche brauchen wir schon, ne? Ja. Aber Höhlen werden auch nicht schlecht, ne? Ups. Höhlen werden hier hinten. Oh, Alter. Maus. Maus. Aber hier sind keine Flächen. Hier sind alles nur... Hier ist alles nur Gelände. Die Fläche ist zu klein. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da oben. Die ist zu klein. Ich hab mich verdrückt. Äh. Ja, lass uns da mal hin. Hallo, Honig. Überall ist Honig, genau. Oh, klappt aber schon ganz gut, die Steuerung. Hm. So, und dann nehme ich hier noch die bunten Blätter mit. Ich glaube, das ist Farbstoff oder sowas. Hab ne Königin bekommen, das stand da. Oh, cool. Ich seh immer meine dicke Biene. Aber wir haben noch nicht so die richtige Stelle, ne? Aber das ist eigentlich alles gut erweitert, erreichbar und ich glaube, man kann sich auch Teleporter setzen, um dann, äh, ja, irgendwo vakante Punkte zu haben, ne? Wo man immer wieder hingehen möchte. Vermute ich jetzt mal. Guck mal hier. Ja, wir müssen aber dann ein bisschen Erde klatschen, ne? Oh, hier haben Wasser, sowas würde ich doch interessieren. Ja, das finde ich auch schön. Guck mal, hier sind auch ganz viele Tiere, die wir züchten können später. Ja, wir machen mal ein bisschen Terraforming, ne? Guck mal diese hirgischen Dinger hier mit. Müssen wir noch gucken, wie wir das Haus haben wollen. Ja, für mich, mich würden erstmal, äh, Truhen und sowas dann nachher interessieren. Wir können das ja auch so bauen, dass wir das ständig erweitern können und umbauen können. Das geht ja hier verlustlos, wie bei Minecraft. Du kriegst ja alles wieder, ne? Bis jetzt, ja. Ja, außer natürlich die Extraktoren oder irgendwie sowas. Wo genau wollen wir, welchen Hügel wollen wir denn noch platt machen? Der Baum hier muss auch weg. Was ist das hier? Alles geht so gut. Meinst du das Schwein? Du hast doch keine Glocke, ne? Hier müssen wir uns so eine Glocke bauen, ne? Mal gucken. Ich schubst das Schwein gerade herum. Du schubst das Schwein? Wo sieht man denn das mit der Glocke? Wo ist das denn? Nee, ich glaube, da brauchen wir noch das passende... Ach, und dann kannst du noch alles... Potions, Klamotten... Ich könnte mir ein Steinschwert bauen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Oder was ist das? Nee, Woodsward. Stonesward. So, ich glaube, ich habe jetzt ein Steinschwert. Das sind Maschinen. Better Home Pop Up Toaster. Türen. Ein Tor. Holztor braucht man sogar Bienenwachs. Siehst du, dass wir gerade Bienenwachs gesammelt haben? Hier ist eine Tor. Woodchest. Ich mache schon mal eine. So, das ist das. Aha. Leuchtende Treppen. Selbst leuchtende Treppen, Herr Sibi. Aber so eine Glocke sehe ich hier nicht, du. Ach ja, hier oben könnte man sich das schön machen. Oh ja, das ist wichtig. So, das habe ich dann auch schon. Hä? Wie? Wie was? Aber wenn du dicht dran bist, dann bist du nicht... Aber in einem Minimap, sowas hat man nicht, ne? Oder? Nur die Karte auf M. Ja. Sieh, wie... Oh, du bist ja weit weg. Ich bin nur ein kleines Stück... Ich bin nur am Wasser vorbeigeflogen. Warte mal, ich muss in die richtige Richtung gucken. Da lang. Hallo, Schmetterling. Oh, der Baum. Ich starte mich hier so, auf Blick zum Wasser. Ich muss nicht erst mal wieder finden, ne? Soll ich dir den Teleporter hinstellen? Nö. Jetzt kommst du zurück, ne? Arschloch. Ich stehe ganz weit auf dem selben Fleck. Ach, da bist du. Gibt's doch hier. Oh, hier vorne warst du. Ja, wir müssten das ein bisschen einebnen, ne? Oder? Wenn du mal hier guckst, hier blickt auf dem Wasser. Mhm. Da hinten dann Bauernhof oder so. Ich würde die Ebene hier, das würde ich wegnehmen und dann hier auffüllen. Ich habe hier gar keine Erde, ne? Welche Ebene? Warte mal, ich muss erst mal Platz machen. Die Ebene hier auch, okay. Wo haben wir den? Ich mache hier den Baum. So, guck mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Sechs. Ah, Baum in Baum. Sechs. Das ist schlecht. Und guck mal, hier so, das reicht doch, ne? Das machen wir dann hier, das füllen wir aus, so. Das kann ja ruhig ein bisschen höher. Und das nehmen wir hier weg. Oder was meinst du? Sonst klatschen wir ja wieder 30 Stunden lang nur Erde. Ah, das geht schön schnell hier, ne? Und das geht keine Spitzsackung, keine Schaufel kaputt. Nee. Huch. Platsche ich mal ganz schnell Erde. Ja, ich mache auch gerade. Damit wir das schön haben nachher. Ja, das machen wir hier. Das ist, du hast recht. Und dann unten den See, dem werden wir uns dann erschließen. Da habe ich auch schon einen dicken Fisch drin gesehen. Die kann man bestimmt dann nachher auch angeln. Und die sind 1000 Schweine. Die werden wir uns dann alle themen, wenn wir wissen, wie das geht. Und dann haben wir hier unsere eigene Schweinezucht. Und die geben, glaube ich, auch was, ohne dass man die tötet, ne? Ach, du hast den Prozessor. Ich habe einen Prozessor? Mhm. Wo habe ich den denn hergekriegt? Den habe ich doch in der Höhle hergestellt. Ach so, das kann natürlich sein. Das macht ja gar nichts. Boah, ich habe wieder, ich habe, ach, das sind Pilze hier. Die kann man so ernten und dann, ah, cool. Das macht Spaß. Ich mache so eine primitiven Arbeiten. Alter, auch in diesen Spielen haben wir wieder Erdo an Mass. Ja, hundertprozentig. Aber wie haben wir hier einen Mülleimer? Wir können uns dann gleich entledigen, den ganzen Theater, ne? Was? Was besammelt werden? Ich meine nur. Die Musik ist dramatisch. Ist die Musik bei dir auch dramatisch? Was ist das da hinten? Was ist das da? Was sind das für Viecher? Ach nee, die sind harmlos. Staubsauger Express. Sowas will ich als Haustier. Wir brauchen die Glocke. Muss man später ja auch noch waschen. Ist das ein Loch? Loch an Loch und hält doch. Okay, wenn wir einen Block vorsicht platzen, dann stößt da auch einer ab. Ist ja nicht so nett. Oh ja, hier können wir was draus basteln. Aber man kann nicht so wie bei Minecraft gleich viele Blöcke mal in einmal setzen, ne? Man muss jedes Mal drücken, oder? Machen wir mal klick, klick, klick. Ja. Halt. Ach, vielleicht kommt das ja auch noch, wenn wir einen anderen Handschuh haben oder so. Ich werde mich jetzt erst mal um den Baum hier kümmern. Hier sind Pilze. Ich werde mal gleich wieder ab. Der Baum muss weg, der frisst keinen Speck und ist aus Dreck. Wir brauchen Holz. Holz brauchen wir ganz viel Holz. Und da ist ... Und da ist es. ...